und damit herzlich willkommen zurück zu high on life seit der letzten episode ist ein bisschen zeit bei mir vergangen ich muss mal wieder reinkommen okay so war das so alles klar gott schauen ob der launcher gepasst ja okay mission welt erforschen oder die nächste kopfgeldjagd starten ich würde sagen kopfgeldjagd und wenn ich das noch richtig im kopf habe war es hier nur noch einer der momentan auf der liste steht mal zusammen du schaust immer noch so ein 80er okay wir machen hier weiter film schauen können wir später okay dann haben wir diesen dieses schändel brüder gleich drei annehmen schauen wir mal ob es jetzt hingeht hoffentlich diesmal eine neue welt damit wir hier ein bisschen abwechslung haben und wie lang braucht diesmal zum laden das ist ja schon wieder die gleiche oder alles ok bei dir ja 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 das so wer ist everyone es war everyone else got enslaved again if you can believe it honestly i think they like being enslaved shit okay well no guarantees we're going to save them again but where are they Okay, warum? Sind wir irgendwie alle high oder was? Oh, da oben ist eine Kiste. Die wird mitgenommen. Komm, rauf, 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 rauf. Dankeschön. Okay, wir müssen da unten rein. Doch, hier waren wir doch schon. Ja, da hinten ist die komische Straße da. Okay, wobei, das ist... ein neuer Abschnitt hier. So, die nehme ich natürlich auch mit. Ja, genau. Wo geht es jetzt weiter? Mal kurz gucken. Darunter. Müssen wir... Äh? Ja, aber es sah irgendwie so aus, als würde es da hinten auch weitergehen. Nach da. Ah! Da ist das eine Prinz. Okay, und wir sollen da rüber. Äh, dann gehen wir mal über den hier. Und dann hier rüber? Ja, hier rüber. Ja, du, das mache ich schon. Wisst du was? Nee, alles gut. Ah, ich glaube, ich bleibe bei ihm erst mal. Er ist cool. Und die Heißwände. Also so. Ah, ich habe mir sowieso gebraucht. Kann ich da mehr als einen reinschießen? Ja, das kann ich. Okay. Cool. Ach, nö. So, komm. Noch mehr? Ach ja, da hinten. Hey, beruhig dich. Ja, noch mehr. Wow! Haha, geil, ciao. Noch mehr? Nö. So, ich nehme mal mit. Aber die Musik ist noch voll am Spielen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen noch da hinten. Ah. Was zum. Was war das jetzt? Okay, ähm. Einmal da. Und einmal da. Kann ich da. Wetten, dass ich Schaden kriege, wenn ich da einfach mal durchgehe. Ah, so haben sie es gemacht. Nice. So, Treibstoff. Wer noch? Ach, die scheiß Drohnen hier. Ah, komm. Geht's nicht auf die Nerven hier. Waren das alle? Ne. Ganz schön hart, aber ja. Komme ich denn da jetzt rüber? So weit kann ich doch nie im... Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Ähm. Uh. Ähm. Oh, wow. Wow, wow, wow. Die können ja... Holy shit. Oh, scheiß, wir hier. Noch einer? Oh. Wo? Wo noch? Hä? Wo ist die scheiß Drohne? Ach, da oben. Okay. Ähm. Das verlangsamen. Yeah. Up in this bitch. Nice. Was? Nur damit du es weißt, Tweak und ich kommen wirklich gut miteinander klar. Ja, ist doch schön für euch. Ich hab ja nix dagegen. Äh. Kommt dir vielleicht komisch vor, dass deine Schwester mit einem Alien zusammen ist, aber so ist das Leben. Du, wenn du Spaß dran hast, mach nur. Was können wir hier machen? Äh, gar nix. Ähm. Witzig, solitär hab ich grad heute gespielt. Schönes Spiel für zwischendurch, vor allem wenn man warten muss. Ich bin hier irgendwie alle. Da hinten ist ne Kiste. Wie komm ich da hin? Äh? Kann ich. Ah, brauche ich hier das Richtige vielleicht? Äh? Geht das hier auf? Vier, fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, keine Ahnung. Aber so wichtig ist mir die Kiste jetzt auch nicht, dass ich mich jetzt da lang aufhalte. Wer redet da? Wer redet da? Hä? Ja. Ich. Ja, gut. Äh, noch mehr? Die nehme ich mit. Ist das jetzt so? Ähm. Ich verstehe. Okay. Wir müssen da nach links. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da nach... ...rechts rüber? Das heißt, noch mal ein bisschen drehen. Okay. Und Feuer. Feuer. Och, nö. Noch mehr? Ach, du Arsch! Wer noch? Musik ist noch voller. Ey, da muss es doch irgendwas geben hier, oder? Ne, ich glaube, da haben wir jetzt wirklich... Ja, Jungs, jetzt beruhigt euch mal. Ich will mich doch hier nur umsehen. Ah, da hinten, ich sehe es gerade. Wo war jetzt der? Ah, ich sträffe den von da nicht. Wohin? Okay, ähm... Hier irgendwer rüber. Das ist doch bestimmt doch irgendwo eine... Ja, momentan brauche ich das halt nicht. Ich weiß, der ist super, aber... Wow. Ja, zumindest zur Hälfte. Okay, das geht immer so weiter. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Kann ich... Kann ich vielleicht auch mal so eine Waffe haben? So, Scharfschütze weg. Genau mein Ding. Wow, 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 wow! Holy! Okay, hier rüber. Ja, jetzt warte mal. Was passiert hier? Ah, das. Okay. Das sieht nach Arena feigt aus. Hm... Schrotflinte. Kann ich eigentlich irgendwie das Interface ausblenden? Nee, ne? Machen wir mal so mal ein Foto. So. Und runter geht's. Hier ist, glaube ich, gleich Action. Keine Action hier? Okay, da komme ich weiter nach oben. Ich glaube, ich mache das mal. Ich will mich erst mal hier ein bisschen um... Wow, 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 wow. Warum? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Der hebt sich hier nicht fest. Muss ich doch erst mal nach da hinten rennen. Ah... Ja, jetzt pädoyg dich mal. Kann ich da rein? Ja. 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 Na toll. Du arsch. Kann ich mit denen rauf fahren? Kommt da noch mehr? War das jetzt echt schon alles? Das wird ja jetzt nicht alles gewesen sein, oder? Ähm, ja, das ist jetzt ziemlich lame Ich möchte mit denen nach oben fahren Ah, da kann ich ja drücken Alles klar Aber sie... Hä, von wo? Ach, da Ah, der Scheiß wie da oben Kommt Alter, das ist eine Schrotflinte Ähm... Ich will immer noch irgendwie da rüber Hm, hm, hm Haben wir hier was versteckt? Nicht dahinter So So So, und jetzt einmal hier rüber Nein Nein Ich hatte keinen Treibstoff mehr Ja, okay So, versuch nochmal zwei Wehe, da ist nichts Gutes da hinten So, diesmal warte ich kurz Hier ist Aktiv gar nichts? Warum, warum konnte ich hier her? Nein, hier rüber schaffe ich es ja nie im Leben Das probiere ich erst gar nicht Aber da hinten ist eine Kiste Nein, 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 nein Soll ich es doch probieren? Probier's Holy shit Ich hab's geschafft Oh, geil So, was hast du so schönes? Munitionsbeutel Gibt's wie nie einen weiteren Munitionsbeutel Geil Hat sich gelohnt Hat sich noch mehr? Nee, aber jetzt muss man den ganzen Weg wieder retour So Und nochmal War ein bisschen noch Yes Und hier wieder runter Darauf kommen wir uns ja eh nicht Ja, du Kein Scheiß Wir haben schon Schlimmeres erlebt Ein bisschen Jump and Run hier Oh, jetzt mit dir da oben Mann So Und jetzt wieder auf den hier da rüber Kann ich dich nochmal drücken? Na, ich glaube ich muss da rüber Es ist wirklich nicht sehr praktisch Wie die das hier gemacht haben Oh, finally Ach komm Wir sind doch kein Gegner Nein Nein So, wo ist das kleine Alter Diese blöden Schutzdinger hier immer Nervig Kann man sich nicht mehr umsehen Unglaublich viel Wenn du wüsstest Ist da jemand drin? Oh Gott Da komm ich nicht rein Aber immerhin Er will er in die Kiste Nice Mehr Upgrades Warum sind das hier so Ah, da kann ich nicht durch So, kann ich nicht rein Kann ich da irgendwie rein? Ah, Moment Mal Nee Das läuft nicht Oder war das so? Naja, aber so kann ich durchschießen Oh, da ist ja jemand Da sind Menschen drin Und was auch immer das hier ist Ähm, was hast du dazu zu sagen? Ernsthaft? Ähm, ich glaube Du bist komisch Du bist komisch Das endet auch niemals gut Ja, und jetzt? Das war's Okay Sorry, dass ich da einen Menschen umgebracht habe Ist das der Fernseher? Ja, ich glaube Das ist der Fernseher Der da unten redet Gut Sind jetzt da vier andere Sachen offen? Nein Ah Ist es jetzt offen Moin Das ist der Fernseher Das ist unsere beste Fernseher-Fergel-Hybrid-Specimen Das kann nicht so cool sein wie unser Subjekt in der Weapons-Labs Aber es ist trotzdem ziemlich schön, ist es? Wir nennen ihn ein Fernseher Oder vielleicht ein Fernseher Wir haben es noch nicht Warum bin ich dir all das? Ja, ich bin ehrlich gesagt, das ist weil du cool und ein bisschen bad-ass Ja, dankeschön Naja Der arme Mensch Was hat's für einen Benefit zu dem Ganzen? Naja Das sind dann vermutlich die wehgeschlagenen Experimente hier Ah, ich will da rein, wo die Schrei herkommen Da geht's noch irgendwo hin Hm, vermutlich Affenlager versiegelt Was ist das? Me neither Okay, machen wir hier mal auf Jetzt ist hier offen Ich sieh das Ja, das Brachtfeld ist immer noch da Was zum Was zum Ähm, können wir dich retten? Kein Oh, iiih Was zum Wir haben Die Hand In ihm drin Was ist das? Ja, das ist das Good care of me. Holding me against my will. Cutting me open. Doing experiments on me. Okay, you know what? Say it out loud. I think they might actually be bad. Yeah. Hell yeah. Welcome aboard, Creature. That's your name? I guess so. Oh, hey, we're locked in. But that's fine. Don't freak out or anything. I could give birth to a bunch of little freaks and they could disable the door lock. It's fine. Ähm, ist das wirklich okay? Ich meine, es sieht aus wie Parasiten hier bei dir. Holy shit. Was zum Fick bist du? Bist du auch eine Gatlin? Oh, dich kennen wir. Schall. Oh. Äh, was genau machen die Kleinen? Oh, yeah. That's one of my children. They die fast. Don't worry. It's easy to make more. And it feels good. God, I love them so much. Oh, was machen die mit denen? Kämpfen die dann quasi für mich oder was? Oh. Oh, okay. Äh. Äh. Okay. Ah. Versteh. Ja, mal schauen. Wie fern ich dich weiter einsetzen werde. Da kann ich noch irgendwas reinschmeißen. Oh, ne. Da ist... Ja, okay. Hä? Ah. I get it. Das hat mir jetzt aber nicht wirklich geholfen. Moin. Was bist... Du... Kann ich dich nochmal nach oben schießen? Ne. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Da... Das ist ja hier alles zu. Okay. Ich klicke. Weiß jetzt nicht so ganz, was ich da machen muss. Aber ich komme ja auch nicht weiter. Hä? Hä? Danke so much, for bringing me out. It's an honor. Thank you. Thank you so much. Er zeigt es mir an, dass ich da nach hinten könnte. Oh, you know I'm always game. Da komme ich auch nicht durch. Na, kleiner Mann. Kriege ich denn das jetzt wieder runter? Hm. I don't get it. Okay. Wow, ich bin so doof. Are we fighting some guys or just hanging out? I'm down for whatever. All right, we're in. How was that? Was that helpful? Was it helpful that I gave birth to a lot of tiny guys really fast? Hey, is this gonna hurt? Is this gonna hurt getting a weapon grafted to my arm? Hey, I can fight too. Let me help. Point me at the enemy, bounty hunter. You wanna fuck with the G3? Okay, also die Waffe ist irgendwie schräg. Geil. Die sieht so aus, als würden die bei denen irgendwie so raufspringen und komische Dinge machen. Ähm. Hier ist das alle total bierdenweich, oder? Ja, ja. Wow, you are strong. Good thing, I'm safe behind this glass. Oh, use one of my kids to fuck with that guy's mind. He'll go into a frenzy. Did I get it? Oh, oh. Oh, and if we fight with my kids on top of a guy, they could do mind-control shit. They could make a bad guy fight for us. Oh, shit. That mind-control thing lasts very long. Sorry about that. Okay, das ist irgendwie krass. Okay, das ist irgendwie krass. Die haben aber mega geil. Was halten und dann um eines von G3's Kinder in das Seilnester zu schicken? Äh? Oh, I can help you with that little hookbug hot. Look at my little guy. Ah, ah, so. Gut, und wir... Okay, ja. Was? Okay, das ist also unkollimiert. Ja, okay. Alles klar. Hey, 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 this is fun. Did you do this other stuff all the time, Bounty Hunter? Yo. Ziemlich regelmäßig. Oh, geil. Big guy. Oh, so cool. Ey, das wirkt ja gar nicht. Komm, fängt euch gegenseitig um. Wo ist die Barbasis? Ja, aber so macht es Spaß. Jetzt bin ich endlich hier nicht alleine. Komm, mach sie fertig. Okay, das macht jetzt aber keinen Spaß. Okay, waren das alle? Na, komm. Wo ist die komischen Kriecherviecher da? Da bist du. Oh, tschüss. So. Hä, da sind ja noch mehr. Ja, ich versuch's. So, bitte einmal. Be free, little humans, this is. Be free. Hey, there we go. Oh, my God. A politician who actually gives a shit. Hahaha. So, auch weg hier. Sollten wir da nochmal reingehen und schauen, bis jetzt sie denn da geht? Ah, breath of fresh air. See all these humans, we've been saving. Just having a nice chill time. Naja, schaut immer noch gleich aus wie vorher. Ich dachte, der wäre jetzt ein bisschen mehr Menschen. Oh, okay. Oh, ich kann nicht hier nicht mehr frei. Nee, okay. Ah, da hat's noch einmal sowas. Gut, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Na gut. Ah, nein, mal hier, nein. Hey, yo. Hey, yes. Hello. Alter. Hat der einen Maul unten als Tozo? Oh, der reingeht ja gar nicht drauf. Wow. Wow. Wow, was bist du für ein Arsch. Alter. Oh, fuck. Ich darf da echt nicht schreiten. Was? Letztes weg? Ähm. Wow. Das war jetzt hier ziemlich lame. Oh, okay. Schade eigentlich. Na gut, hier gibt's auch nichts mehr. Dann gehen wir wieder. Laborkreuzung. Fangen wir nochmal geradeaus. Okay. Yes, I do. Oh. Oh, fuck. War da nicht noch ein Zweiter? Wo ist der Zweite? Komm her, komm her. Komm her. So, geh mal ein bisschen schneller hier. Ah, das ist wieder sowas. Okay. Okay, das reicht nicht. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. So, einmal so ein Baby da rein, bitte. So, und dann brauchen wir dich. Nein! Scheiße! Boah, knapp. Knappe Sache. Okay. Okay. Ähm. Wir brauchen... Dankeschön. So. Super, Chab. Dankeschön. Treibstoff. Äh, von wo? Ach, da oben. Ja. Alter, so weit weg ist, das ist aber echt gemein. Ja, kommt her. Ich springt's da ab, bitte. Irgendwas auch immer das ist da rein. Ah. Was? Ja, wollte ich nicht. So, geh mal wieder zurück hier, bitte. Oder auch nicht. Ach, nö. Ja, sind sie doch auch. Ist jetzt nicht so, dass die wirklich starke Gegner wären. Bin ich noch richtig? Ah, ja. Es ist so komisch, dass wir da in dich reingreifen, aber okay. Komm, lad dich mal auf, bitte. Komm, lad dich schneller auf. Wir müssen da irgendwie rauf. Ah, das ist echt langsam. Also, wenn's für dich ein Upgrade gibt, dann holen wir da eins. Ist jetzt die Warp-Bausse? Ach, wann. Kreis. Ciao. Oh, Sniper. Du mich auch. So, reicht das schon für dich? Nee, wir haben ja noch Leute. Aber wo? Ach, da hinten. Nice. Du kommst mit. Und diese Booster-Dinger holen wir uns auch gleich. War da hinten noch was? Nö. Okay. That seems to be it. Und dann werden wir vermutlich die kleinen Kollegen hier wieder durchstecken müssen. Gleich. Ja, nachdem wir jetzt schon wieder an der Zeit sind, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Da ist ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.